Willkommen zu einem neuen Video des Teilekanals. Nun, ich habe kürzlich ein Video gemacht, das eine Frage beantwortet, die Sie mir hinterlassen haben und die ziemlich viel Interesse geweckt hat, über jemanden, der ein Auto mit einem 1600 HDI-Motor hatte und sobald als er den Motor startete, drehte er kalt auf 1000 Umdrehungen. Pro Minute, wenn es normal ist, dass er bei 800 Umdrehungen pro Minute liegt, werde ich Ihnen den Link hinterlassen. Falls Sie dieses Video nicht gesehen haben, dort habe ich es bereits erklärt, dass es im Prinzip nichts zu befürchten gibt. Denn es könnte einfach sein, dass es sich um eine DPF-Regeneration handelt, normalerweise wird. Diese Regeneration normalerweise von den elektrischen Lüftern begleitet, die sich einschalten und auch. Die Start-Stop-Funktion der aktiviert ist verhindern, dass die DPF-Regeneration unterbrochen wird. Punkt DPF, mal sehen, ein Tipp, wenn du vor dem Abstellen des Motors siehst, dass er mit 1000 Umdrehungen pro Minute dreht, im Leerlauf, den Motor nicht abstellen, ok, hab ein wenig Geduld und warten. Sieh, bis es diese Regeneration beendet hat, weil Sie alles brauchen, wenn dies bei kaltem Motor der Fall ist. Liegt dies daran, dass die DPF-Regeneration zuvor unterbrochen wurde, das Steuergerät dies erkennt und dann, wenn Sie den Motor erneut starten, das Steuergerät mehr Kraftstoff einspritzt, damit der DPF so schnell wie möglich auf Betriebstemperatur kommt. Kann das auf Dauer zu einem Motorschaden führen, ok, denn im Idealfall erfüllt. Er diese Funktion immer, ich wiederhole, wenn man sieht, dass man abbiegen wird, Motor des Autos abstellen und der Motor läuft mit 1000 Umdrehungen pro Minute im Leerlauf, nicht abstellen, wenn, etwas Geduld haben, dauert meistens nicht lange, ok, und wenn das Fahrzeug das schon gemacht hat, DPF-Regenierung, in diesem Moment werden die Elektrolüfter deaktiviert, die Sie aktiviert haben, und es wird auch die Start-Stop-Funktion aktiviert, die zuvor deaktiviert war. Nun, hier haben Sie dieses kurze Video. Wenn es für Sie nützlich war, vergessen Sie nicht, ein Like zu geben und den Kanal zu abonnieren. Vielen Dank.